Die Spülfahrtabend an, der Tats jetzt fast her, kommen in den nächsten beiden Runden an die Box. Der Body wird der schnellste Runde aufgeteilt. Rekos ist gerade eine sehr schnelle Runde, er steht jetzt auf Platz 1. Im Moment ist es der Runde, wir wollen sich mindestens auf Platz 10 verbessern, sonst findet Q3 ohne die Stadt. Die Spülfahrtabend an, der Tats jetzt fast her, kommen in den nächsten beiden Runden an. Das ging etwas daneben, Platz 16 in der Startaufstellung morgen, also achte Startreihe. Die Spülfahrtabend an, der Tats jetzt fast her, kommen in den nächsten beiden Runden an. Die Spülfahrtabend an, der Tats jetzt fast her, kommen in den nächsten beiden Runden an.